Ich bin Shin Tecklenburg-Vum. Ich bin internistisch hausärztlich tätig. Meine Praxis ist in Trefell. Ich habe in diesem einen Wochenende gelernt, Schmerzen mit einer Nadel sofort zu eliminieren. Er fängt nach einer Sekunde. Die Leute mit einer Nadel Beschwerden freizubekommen. Das ist der entscheidende. Diese Methode ist so einfach, dass jeder Arzt das können muss. Jeder Arzt hat täglich mit Schmerz zu tun.